Musik Der Brenner ist mit einer Tülle ausgestattet und da haben wir hier diesen Schlauch mit den 8 mm Durchmesser plus die 2 Ohrklemme, die da dran ist. Zum drüber machen, nochmal ein bisschen Seifenwasser. Und dann versuchen wir mal den Schlauch hier drauf zu kriegen. Also vormontierter Schlauch wäre mir echt lieber. Seit einer halben Stunde versuche ich jetzt diesen verabten Schlauch da drauf zu kriegen. Ein Wunder, ich habe den Schlauch drauf. Jetzt machen wir noch diese 2 Ohrklemme fest mit dem stumpfen Seitenschneider. Und so fest wie der Schlauch jetzt da sitzt, sollte das wirklich kein Problem sein, dass der auch tatsächlich fest hält. Fertig. Das sieht jetzt recht gut aus. Dann machen wir jetzt noch die Dichtheitsprüfung. Jetzt werden wir das mal alles in Betrieb nehmen. Das heißt, ich habe jetzt hier einfach eine ganz normale Gasflasche. Dann machen wir das Manometer drauf, den Druckminderer. An den Druckminderer schließen wir dann den Schlauch an. Los geht's. Das heißt, wir machen die Gasflasche auf. Wir haben sofort hier einen Druck von 0,9 Bar etwa. Und jetzt mache ich hier Seifenwasser drauf, dass wir sehen, ob hier irgendwo was raussprudelt. Und wenn man hier genau hinschaut, da sieht man gar nichts. Also das Ding ist tatsächlich dicht hier. Sonst würde es jetzt hier anfangen zu blubbern. Und das Gleiche machen wir jetzt hier auch an unserem eben frisch montierten Schlauch. Das sieht prima aus. Nichts zu erkennen. Das Ding ist dicht. Wir haben hier rechts die Pilotflamme, die dann hier durch das Röhrchen läuft und dann hier vorne brennt. Das heißt, ich kann dann die Hauptflamme jederzeit ein- und ausschalten. Das sehen tut man nichts, aber man hört es. Jetzt drehen wir den Brenner auf. Okay. Das ist jetzt ein halbes Bar. Man hat eine relativ schwache Flamme. Gelb. Und jetzt drehe ich einfach auch mal an der Gasflasche den Druckminderer hoch, auf ein Bar. Man sieht es schon ein bisschen anders aus. Man sieht auch unten an den weißen Auslässen, dass es da jetzt eine blaue Flamme gibt. Ich gehe mal auf ein und halb mal hoch. Dann noch auf zwei. Dann noch auf zwei.